Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Runde ESL Twiggy Towers. So, wir sind jetzt bei der Runde 128. Ja, die erste Runde muss ich zum Glück nicht mitspielen. Freut mich. Nicht so wie bei Dings. Äh, Nithok. So, hier, erhoffe ich mir höhere Chancen, wenn ich ehrlich bin. Lukas? Kennt ihr ja, sicherlich. Ich spiele Twiggy Towers immer, wenn Rainbow Server nicht funktionieren oder ähnliches. Also, von daher... Hoffe ich hier eigentlich nur was gutes. Bis jetzt sieht sie ja auch gar nicht so kacke aus, äh. Kurz rüber geluschert, äh. Fuck. Jetzt wird's kacke, alter. Mein halber Turm kratzt gerade auf. Oh, fuck. Das ist kacke. Ich will sauber entgeißen. Das ist kacke, alter. Oh, fuck. Oh, was ist da los? Ah, der Gegner scheint auch gar nicht das Beste zu sein. Den spare ich mir noch kurz auf. Cement Lock. Der kommt jetzt. Kannst du, klar, über die Rho hat gepasst. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. oh. So, die ersten drei wichtigen Punkte... ja ok, das ist mein Side-Account, ne? Also nicht wundern, falls da irgendwelche Meldungen aufkommen... So... Okay, der hat aufgegeben... ok, kann man machen... So, da haben wir die Runde von 128 bestanden... Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder, z.B. morgen, je nachdem, wie ich es zusammenschneide. Ciao!